Ursache und Lösung aller Menschheitsprobleme wird uns heute beschäftigen. Und wie immer sind Mitglieder und WählerInnen aufgerufen, sich bitte zu melden für die Online-Talkshows, die Mitte nächster Woche ungefähr beginnen. Bitte anruf bei nextscientistsforfuture.de oder E-Mail und dann bitte teilnehmen an den Talkshows des neuen Markus Lanz des Internetfernsehens. Ja, zur Ursache und Lösung aller Menschheitsprobleme. Also, das Tier erfindet. Das Tier erfindet? Ja, für Naturwissenschaftler ist das Tier Mensch nur eines von unzähligen vielen Tieren mit einem etwas besonders großen Gehirn. Und das mag sein, dass deswegen die anderen Tiere bestimmte Erfindungen nicht tätigen konnten. Glück für sie bisher. Das Tier erfindet vor 400.000 Jahren den Tauschhandel und den Markt. Das universelle Prinzip Mutation und Selektion oder besser Variation und Selektion, das Darwin und Wallace entdeckt haben. Die wichtigste wissenschaftliche Entdeckung seit Newtons Gravitationsgesetz. Die Mutation und Selektion erzeugen alle möglichen Ideen, alle möglichen Meme oder Gedanken, Kognitionen, nennen sie es wie sie wollen. Und darin befinden sich auch Irrtümer in diesen Ideen. Ja, das heißt also hier Mutation und Selektion. Mutation, Variationsbildung erzeugt nicht nur im genetischen Bereich eine große Vielfalt. Es ist nicht so, dass alle genetischen Dinge sozusagen, die möglich sind, auch tatsächlich stattfinden, aber ganz viele. Genauso ist es mit den Ideen. Es werden sicherlich nicht alle Ideen durch Variationsbildung in Köpfen von Menschen erzeugt oder von Tieren auch erzeugt, sondern nur sehr viele. Ja, aber dieses sehr viele reicht eben aus und darunter befinden sich Irrtümer. Und nach der Erfindung von Tauschhandel und Markt erweisen sich Irrtümer plötzlich als vorteilhaft, weil sie andere Menschen beeinflussen und sie in Kundschaft vermehren. Ja, also die Irrtümer, die vorteilbringend sind, vermehren sich, denn sie ermöglichen größere Verkaufserfolge. Und dadurch kommt es zu hier mehr körperlichen Kindern und geistigen Fans und Nachfahren, die hier nach einigen Generationen dann zumindest explodieren. Und so breiten sich dann vorteilbringende Irrtümer aus in der Welt und durchseuchen die ganze Welt als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, fügen uns Menschen alle riesige Schäden zu. Und wie wird die ganze Menschheit, wird umgewandelt in Käufer, in Kundschaft. Kundschaft für Konzerne, für Behörden, für Sozialsparten, für Polizisten. Es werden regelrecht, es passieren lauter vorteilbringende Irrtümer, die Menschen zu Kriminellen machen, sie dazu motivieren, Kriminelle zu bleiben und so weiter. Und schon hat die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Rechtsanwälte, die Gerichte haben Kundschaft. Und so ist es mit jeder Institution, mit jedem Wirtschaftskonzern. Es geht immer darum, die Welt umzuwandeln, die Menschheit umzuwandeln in Kundschaft. Ja, in einsame, konsumsüchtige, waffenkonsumierende, Singles, ja, immer mehr Kundschaft. Und diese Kleinigkeit, VIs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Das unterscheidet die Welt, das ist wie so ein Vixierbild, das unterscheidet die Welt, ist sie Himmel oder ist sie Hölle. Denn wenn ich positive Anreize setze, sterben die vorteilbringenden Irrtümer aus. Die Wahrheiten rücken an diese Stelle hier, erweisen sich dann unter der Bedingung der positiven Anreize als vorteilbringende Wahrheiten. Und alles andere, also die vorteilbringenden Irrtümer sterben aus, kommen in die Aussterbensposition und die dann vorteilbringenden Wahrheiten breiten sich blitzschnell massenhaft aus, mithilfe der Next Scientist for Future und die Welt verwandelt sich von Hölle zu Himmel. So einfach ist das scheinbar. Man braucht dafür über 50 Jahre Wissenschaftsroutine, um diese positiven Anreize richtig zu setzen. Das ist also ein Wissenschaftshandwerk im Bereich Staatsmanagement und Reformendesign. Und hier unten rechts, bitte, habe ich wieder vergesst zu sagen, bitte an dem runden Ding schneller drehen. YouTube-Videos immer 1,5 oder 1,75 schnell drehen, besonders weil ich ja so langsam rede. Ja, das ist genau das, worum es geht. Also, dann schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Supermärkte. Wie bringen wir die Supermärkte, wie bringen wir, also wie, wenn wir die Sozialspartler, denen positive Anreize setzen wollen, ja, dann müssen wir ja fünf große Gruppen an vorteilbringenden Irrtümern korrigieren, habe ich alles schon ganz oft geschildert. Und ein Aspekt davon ist, die Sozialspartler arbeiten ja sehr viel auch mit Verwöhnung, sodass wir sozusagen, es gibt zwei oder es gibt insgesamt ja fünf Mechanismen, mit denen Menschen in Dauerarbeitslosigkeit festgehalten werden. Das ist einmal vorteilbringende Irrtümer, die die Behörden dahin steuern, nicht zu helfen, also zu wenig zu helfen. Dann sind da vorteilbringende Irrtümer, die uns als Gesellschaft glauben lassen, Mindestlöhne, Gewerkschaften und Tariflöhne seien soziale linke Errungenschaften. In Wirklichkeit handelt es sich um Möglichkeiten, Massen von Dauerarbeitslosen zu erzeugen und damit Dauerkundschaft für Sozialspartler zu erzeugen, einschließlich der Arbeitsamtmitarbeiter. Und von daher müssen wir, und ein Mechanismus ist Verwöhnung, gibt den Dauerarbeitslosen so viel und schenke denen so viel, dass sie sozusagen, ja, sich in der sozialen Hängematte eigentlich so schlecht nun wiederum gar nicht fühlen und dann sich abfinden mit dem Schicksal eines Dauerarbeitslosen sozusagen. Und die Verwöhnung reduzieren bedeutet eben auch, dass es eben nicht mehr wie bisher Kleidung in Massen geschenkt gibt. Wir müssen das verbieten. Wir müssen alle diese Verwöhnungsaspekte, müssen gestoppt werden. Und dazu gehört auch das Stoppen der Tafeln und das Stoppen, also, denn sie können heutzutage sozusagen völlig kostenlos von Tafeln leben. Sie werden dort überschüttet mit Lebensmitteln, sodass sie gar nichts mehr kaufen müssen, sondern alles von der Tafel beziehen können. Schluck Wasser. Und dagegen schützt, dass die Supermärkte alles verkaufen müssen. Sie dürfen die Preise senken sozusagen, aber sie müssen es verkaufen. Und die Mitarbeiter der Supermärkte sind verpflichtet, die Reste zu kaufen vor dem Verderb, sodass wir dann diese, also Supermärkte dürfen nicht mehr wegwerfen. Wegwerfen wird verboten. Und wenn dann etwas völlig verschimmelt ist, weil die Mitarbeiter nicht aufgepasst haben und nicht rechtzeitig genug das selber gekauft haben und nach Hause mitgenommen haben, dann müssen sie halt das Verschimmelte kaufen und die dürfen es dann zu Hause wegwerfen, aber der Supermarkt selber darf es nicht wegwerfen. Also, die Mitarbeiter müssen Vergammeltes kaufen und dann daraus lernen sie, dass sie beim nächsten Mal sie die Dinge vorher schon kaufen, bevor sie vergammeln. Und das motiviert solche positiven Anreizsetzungen führen dazu, dass die Mitarbeiter in Zukunft im Supermarkt darüber wachen werden, dass nichts mehr vergammelt, dass alles entweder zu billigsten Preisen verkauft wird im Supermarkt oder sie es, wenn es sich dann auch nicht verkauft, dass sie es dann kaufen, bevor es schlecht wird. Und das, und da gibt es ja viele verschiedene Mitarbeiter im Supermarkt, der eine mag dies, der andere mag das und dadurch hätten wir dann zum Beispiel die Verschwendung von Lebensmitteln beendet. Ja, dann haben wir noch als Kurznachricht im Moment nichts mehr, außer die Zusammenfassung. Im Frühjahr stehen die ersten Wahlen an. Die kommen ganz früh und ganz schnell. Und liebe Partei, die Basis, liebe Parteien, wir 2020, 56 Prozent ist nur das Potenzial der externen Reformer nextscientistsforfuture.de. Ich zeige das gerade noch mal kurz hier. Hier haben Sie zum Beispiel hier die Info, also auf nextscientistsforfuture.de finden Sie unter Stellungnahme den Link Live-Ticker und dann können Sie da auch anklicken, die, was sind die weltbesten externen Reformer, die Parteien sozusagen helfen können, bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen zu bekommen oder als Potenzial zu bekommen. Und hier zum Beispiel, wen man einladen sollte zu solchen Talkshows, ist Richard David Precht, Economy for Mankind, die ja schon auch, wie die next scientists for future, Teile von wir 2020 beraten und als externe Reformer denen zur Verfügung stehen. Hans-Werner Sinn, da kann man auch mal in dieses Video hier von Thilo Jung reinschauen, der berühmteste Volkswirt, Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, Professor Achim Truger vom Sachverständigenrat der Bundesregierung, kann man auch bei Thilo Jung schauen, auch Thilo Jung hier, Christian Felber, alles Thilo Jung, weil der sozusagen durchaus, auch wenn er sehr extrem links ist als Moderator oder als Interviewer, trotzdem sind die Sendungen anschaubar und interessant, gerade weil sich dann die Leute teilweise wehren müssen gegen seine linksradikalen Ansätze. Bedingungs Götz Werner, hier sind wir, next scientists for future, Nico Pech, Postwachstumseconomie, Professor Bakhti, als Wissenschaftskritiker jetzt nicht in erster Linie nicht zum Thema Corona, denn das sollte man jetzt nicht mehr thematisieren. Es geht ja jetzt nur noch darum, wie gestalten wir den Staat neu, dass es nicht mehr zu solchen Erscheinungen kommt, ja, denn das sind systembedingte Erscheinungen, Dr. Wodak mit seiner Gesundheitsreform durch Regionalbudgets, Christian Zimmermann, Präsident, Patientenverband, Gesundheitsreformer, und so immer weiter, Ottmar Lattoff ist neu dazu gekommen, der der Antifa mittlerweile nicht mehr radikal genug ist, obwohl er ja eigentlich wirklich ein linker Aktivist und Reformer durch und durch ist, und die Parteien sollten noch weitere externe Reformer benennen, aber dann auch versuchen, diese Zahl der externen Reformer ein bisschen runterzuschrumpfen, denn jetzt da wird es langsam unübersichtlich bei Nummer 17, ja, und dann hier ist ja die Einladungsliste der prominenten Parteimitglieder, David C. Sieber, Dr. Füllmich, Gerd Reuter, Klaus Köhnlein, Superärzte und so weiter, Eva Rosen, Wolfgang Romberg, ja, und, aber es passiert nichts, das Tragische ist, am Ende wird es heißen, na ja gut, es war ja klar, dass diese neuen Parteien das alles unterschätzen, die Schwierigkeit, wirklich eine Wahl zu gewinnen, über 5, also 5% zu erreichen in der ersten Wahl und dann eine Bundestagswahl zu gewinnen mit 20 bis 28%, der neue Koalitionspartner zu werden für die Regierung, das haben die wohl unterschätzt und, ja, und dadurch ist halt auch nichts draus geworden, so wird das dann wahrscheinlich heißen. Also bitte sofort melden bei Next Scientist for Future für die Talkshows und ich warte immer noch auf das Rätsel, dass zwar die Basis sozusagen an Freunde und Interessierte einlädt, zum Beispiel für heute Abend 20 Uhr, für Online-Konferenzen einlädt, man aber die Zugänge nirgends findet oder auch einem niemand das sagen kann, wo es da denn eventuell Zugänge gibt. Also schade, weil da könnte man ja mal mit den Leuten über die zentrale Reformidee Gutes tun, durch starke positive Anreize gezielt so zu belohnen, dass die ganzen Irrtümer, die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, die uns in Kundschaft umgewandelt haben, dass das endlich aufhört. Und im Moment sind ja auch die Menschen nichts anderes als Kundschaft. Wenn Sie diese emotionalen Reizthemen alle mal anschauen, am Ende ist alles nur eine Umwandlung der Menschheit in Kundschaft. Um mehr geht das nicht. Und das ist das Dilemma und deswegen müssen wir da reformieren. Ja, das war es schon wieder mal. Also für heute Tschüssi, bis bald.